Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hallo und herzlich willkommen Und damit Hallo und ein herzliches Willkommen Hallo und herzlich willkommen Und hallo erstmal zum aller ersten Mal mit Facecam Oh Ach, vielleicht bin ich nackt Vielleicht liegt es daran Schönen guten Tag Wer sind Sie? Was möchten Sie von mir? Können Sie bitte weggehen? Sie sind nicht mehr von der Polizei Wer glauben Sie sind Sie? Eine nackte Frau, die gerne rein möchte Na, die ist ja nett Ich bin eine kleine Elfe Oder so ähnlich Da war er wieder weg Hast du mich erschrocken Ja Ach nein, das war das Kam ich da hoch Ja, du siehst mich Ja, ein Dämonenauge von Terraria Beende das Spiel Kata Das war gerade der Kata, der mir über die Tastatur gelaufen ist Es tut mir leid Er hat jetzt irgendwas auch am Bild verändert Was musst du? Danke, dass du mich geheilt hast Katerchen Du bist ein Idiot Jetzt weiß ich nicht, ob die Aufnahme noch funktioniert Okay, wir beenden dann Das kann sowieso keiner lesen Ich gucke den Kata an So zwischen den beiden Bildschirmen Vom Laptop und Computer Oh, ich kotze im Stra... Oh, ich bin ein Eben Das kann sowieso nicht ausgedrhen Oh, ich bin ein Eben Ich bin ein Eben Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, nicht heulen, nein Untertitelung des ZDF, 2020 Mein liebster Freund, ich werde dich... Verdammt, ich konnte es nicht lesen Auf ewig währende Liebe, wahre Liebe, ich bin deins Werde dich beschützen für immer und ewig, bis ich sterbe Ich mag das Spiel, aber dieses Ende macht mich jedes Mal so fertig Ich... Ich werde jetzt auch... Das Lied ist so geil Erklärung, woher kommt der Gestank Ich hab eine Erklärung Drei tote Zauber liegen hinterm Schrank Begeisterung, sieht mein Rufus richtig an Sorry, Miss Jackson Wir haben schon wieder nur zwei Taschen Oh, das gibt's doch nicht Achso Achso, okay Sorry, Miss Jackson Ja, genau I came for real Aber das Video war so süß Das ist so süß I came for real Weiter kann ich den Text nicht Barbara Jakobs Sohn, bist du da? Daddy, Daddy cool Bomb Daddy, Daddy cool Daddy, Daddy cool Ich finde sie alle, immer 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 in die Dunkelheit zu gehen. Hat er mir mal das Licht ausgeknipst? Was? Nanananananananananananananan! Nein! Wo? AAAAAH! Oh Gott! Das ist auch gesendlich! Hä? Moment! Das haben wir nicht gesehen, ok? Eigentlich sind wir nicht da raus. Hä? So, da hängt ein Brief. Seht ihr das? Da? Da ist mein Schatten. Warum ist da mein Schatten? Ah! Es ist also besser, wenn wir im Dunkeln rumlaufen. Machen wir praktisch alles nochmal durch? Und diesmal außerkörperlich so, dass wir praktisch, ähm... Die Wand ist schon längst... Wir sind durch! Wir sind durch! Junge! Grafikfehler! Ja! Ich finde sie alle! Immer! Was wird sie... Hahaha! Was wird das denn? Hahaha! Wie heißt da noch? Irgendwas mit Tee, also Tee! Habe ich gerade nicht muten! Ich muss aber husten! Verdammt! Okay! Hallo! Und herzlich willkommen zurück! So, wie ihr seht... ...Ellen Mike! Ähm... Wir sind mit unserer bezaubernden Frau Ellen... Äh... Hahahaha! 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 Auf die Plätze! Fertig! Lo... Ich hab die F... Renntaste vergessen! Auf die Plätze! Fertig! Los! Wer bin ich denn jetzt? Hahahaha! Habe ich mich erschrocken! Oder fährt auch nicht runter! Vielen herzlichen Dank! Ich hab das Spiel gerade mal gecrashed! Hahahaha! Hahahaha! Ich habe die... ...meisten Zeichen... ...alles verlernt! Ich kann doch so gerade meinen Namen schreiben! Nein! Ich hab schon sehr seine Dose angefasst! Habe ich mein Feuerzeug wieder? Nein! Lass die verdammte Flasche... äh... ...dose los! Danke! Orientierung wie... äh... ...ein... ...lebensmüder Kompass... ...aber... ...das kriegen wir hin! All day is a... ...day... ...ja... ...all day... ...all fucking day... ...I'm standing here... ...in the hallway... ...and wonder... ...why isn't the... ...elevator working? Ich glaub, man sieht nicht sehr viel. Kann ich dann... ...die Helligkeit ändern? Brightness... ...yes... ...ich kann die Brightness ändern. Damit wir... ...da ist mir das Spiel abgestürzt. Gut, dass wir gerade gespeichert haben. Hallo! Hello darkness, my old friend! Ich sollte mich nicht so weit nach vorne beugeln! Eins! Du kannst nicht bis drei warten! Nein! Du musst direkt auf eins machen! Was wird das, wenn's fertig ist? Kannst du mal stehen bleiben, bitte? Nein! Nein! David! Nein! David! Ich sehe was... ...was du nicht sehst! Oh! 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 E.T. hi! Nein! Ja! Oh! Oh! Nein! Nein! Ich befürchte, wir sind bereits tot, dass wir dieser Schäfer sind. Der Ziegenhirte. Wie auch immer. Weil geknochener Oberschenkelbrochen? Mhm! Geknochener Oberschenkelbrochen. Ah! 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 Lass mich vorbei, du Arsch! Wie sieht das denn aus? Hilfe! 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 Eine deiner Seelenfressviecher ist hinter mir her! Mal gucken, ob ich hier was füllen kann. Ich hab mir... Ah! Scheiße! Das ist immer noch hinter mir her! Augehabe, dass einer der Seelenfresser plötzlich auf mich abgesehen hat. Es war einmal ein Mädchen, das keine Schuhe trug. Oh! Ja! 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 Okay! Oh nein, Alter! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Baba hat Michaels Messer geklaut und kann nicht aufs Klo. Da war er, Alter! Schön! Oh Gott! Scheiße! Eigentlich sollten die beiden nicht im Dark Return wiederkommen, denn wie man sieht, ist es tödlich. Ach, nö! Äh, wo ist denn der Patient mit den Herzbeschwerden gerade? Er stirbt immer noch. Eines tragischen Todes. Er hält sich den Ellenbogen. Er hat solche Herzschmerzen, er hält sich den Ellenbogen! Ich hab doch schon, äh, gesagt, hier, er hat Herz. Machen Sie was! Was soll ich denn noch bei ihm tun? Herzrhythmusmassage? Was soll das denn? Herz-Kreislaufmassage, so heißt das! Mit einer Krumm 9. Ach, ich spiel Carla jetzt. Das ist die falsche Zimmernummer. Entschuldigung. Ach, da hinten! Tyler, ich hab dich nicht gesehen! So grau in grau! Das hier? Ja. Das hier? Ja. Keine Bewegung! Sport! 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 Was machst du da? Bist du blöd? F**N Ahaha O uh Wieder sein Wasser! T... Nein! Damit hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's play, daszu heißt... Ich wollte gerade sagen, oh, du bist aber ein süßes Baby. Nein! Das Spiel ist nicht Buggy. Nein, wie kommst du denn da rauf? Ich habe es dir ja nicht schon vor ein paar Minuten gesagt, dass es Buggy sein könnte. Was mache ich denn jetzt, wenn ich loslasse? Es Mary ist, es Mary Wallhouse. Mhm. Es Mary Wallhouse. Mich brecht zusammen. Es Mary Wallhouse. Meine Haare nirfen. Was ist das? Finn. Das ist mal ein Scherz. Game starts. Yes. Zweites für ein drittes Game. Played. Sechseinhalb Minuten. Ein E-Sec gefunden. Ja, also man zurück kann. Das war so keine Absicht gewesen. mir geht. Was macht am Geschenk greed. Und da war ich mir wieder. Das war so etwas. Verdammel. Ich warte. Nur verdammeln. Hallo, ich setze mich mal eben zu Ihnen, ja? Das ist erledigt, okay. Da ist der Punkt. Isen-me! Ja, wir isen-me! Und du, lass mich in Ruhe! Ja, möchtest du noch einen Tee dazu haben? Dann essen wir zusammen Kuchen, wie wärs? Da guckst du blöd, nicht? Wenn Rauchgeruch los ist? Und dann liegt eine Sau auf meinem Sessel. Oh Gott! Ist das mein Bild? Oh Gott! Von den drei kleinen Schweinchen raus! Wo sind deine zwei Brüder? Weiß ich nicht. Oh Gott! Ey, das ist mein Sessel! Jetzt weißt du, wer das zu mir ist. Ne, ne. Hat keine Schuhe an. Weiß nicht, was ich vergessen haben soll. Ist doch alles normal. Warte, ich ärgere ihn jetzt mal. Ich glaube, der Herr vergisst etwas. Aber was denn? Was habe ich vergessen? Es tut mir leid. Es macht mir Spaß. Ich glaube, der Herr vergisst etwas. Ich glaube, der Herr vergisst etwas. Ich glaube, der Herr vergisst etwas. Nein, ich bin bekleidet. Ich bin der Herr vergisst etwas. Na, Kerze? Oh, lange doch! Hast du heute Abend noch was vor? Ich leuchte hier noch. Ich will doch vor der Kerze. Wo soll ich denn noch hin? Einfach nach Hause gehen, sterben. Daniel, du hattest die Möglichkeit, nach Hause zu gehen, als du die Säure hattest. Du hast sie nicht genutzt. Ich könnte so aufrasten gerade. Uah, Unkraut. Ich schreie schon wieder wie Mario. Es tut mir leid, das war keine Absicht. Oh nein, nicht schon wieder. Deswegen kommt jetzt der Blumenwalzer. Da, 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 da. Da, 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 da. Ah, la, la. Ha, ha, ha. Ah, la, la. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich verstehe. Ich glaube, das hätte ich gerade in Mega-Jumpscare angelegt. Ähm, und jetzt? Werfen wir das da durch? Werfen wir das da durch? Springen selbst durch? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was? Was? Ich bin bereits bekannter als... Oh, ja. Ich bin bereits bekannt. Die glorreiche Abenteurerin. Ich werde auch gesucht. Scheiße. Oh, ist das nicht vorurteilhaft? Vergessen Windamply, Jungs. Äh, wir haben ein... Ein neues Ziel. Ich bin weg. Schade. Ich kann mich nicht bewegen. Oh Gott. Entschuldigung, was? Die haben sie wirklich gegessen. Das war ein Scherz. Ich habe jetzt gerade... Es wird größer! Ja, that's what she said. Nimm ihn mit! Such ihm ein Zuhause! Kuscheltiere suchen ein Zuhause! Die neue Sendung! Obrey! Ich komme! Wer blutet denn da? Ist das du, Obrey? Nein! Nein! Aua! Scheiße! Oh! Scheiße! Es ist nötig, ja, tut mir leid! Auf den Killkopf! Willkommen auf den Killkopf! Was war denn das, ihr Luschen? Was war das? Ich habe ein eindeutiges Problem jetzt. Ich habe ein großes Problem jetzt. Oh nein, was ist da oben? Nein, 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 nein! Ich habe eine Befürchtung. Dort oben ist irgendetwas schweres. Hi. Das war's mit uns. Das war's mit uns. Scheiße. Scheiße. Will speichern! Wo sind wir? Jetzt sind wir mit dem Fahrstudio jetzt runtergefahren. Ich hätte gerne ein Tape. Jumpscare war irgendwo funny. Nein, war ja nicht. Er war dumm. Hast du ein Tape für mich? Hast du ein Tape für mich? Oh, Daddy, nein! Katie wollte nicht aufhören zu weinen. Sie sagte, sie würde Shakers sehen. Maracast. Oh, Omichin. Hi, du bist? Evelyn. Ah, hallo. Willkommen in unserer kleinen Gemeinde, mein Kind. Du kannst mich Oma nennen, wenn du willst. Ich habe dich schon Omichin genannt. Es tut mir leid. Ich kam dir zuvor. Das ist so süß. Omi-Liebe, genau. Wer liebt keine Omis? Na, gehst du? So geht man nicht durch eine Tür. Da läuft er und läuft und läuft und die Tür öffnet sich und er trifft. Ja, auf Wiedersehen, Upenna. Jetzt habe ich mal ein Fischchen in der Hand, mit dem ich euch alle verkloppen kann. Ich slappe dich gleich mit meinem Fisch hier. Können wir es mitnehmen? Ja, genau. Die Wii U habe ich auch. Wer war das? Wer war das? Der Weihnachtsmann. In so einer Rache hingestimmt. Wer war das? Es ist keiner da. Und du bist... Gut, dass wir gerade einen Mirrorstone erst aufgehoben haben. Ja, deine Augen. Ich weiß. Was soll ich dagegen tun? Ich bin keine Augen aus. Es ist ja gegen Dein kämpfen oder was. Dein übrigens. Wie die Kaubonbons. Dein. Du Dein-Bonbon. Lass das mal. Schmeckst du auch von innen nach Karamell? Was? Da ist ein Schreibfehler drin. Und was machst du jetzt hier? Also nicht du, du gehörst hierher. Aber was machst du hier? Du gehörst hier nicht her. Hallo Herzchen. Ich bin gerade beschäftigt. Aber komm später wieder. Dann hab ich sicher was für dich. Alles gut. Alles klar, Claris. Dankeschön. Ah, Bastelstunde mit... Ich hab unseren Namen vergessen. Wie heißen wir denn noch? Also, Vorname. Vicky. Viktoria. Jetzt weiß ich's wieder. Ich kann mir super Namen merken. MacGyver wäre stolz auf mich. Dankeschön. Wenn sonst keiner ist, MacGyver ist es. Ja. Ja, vielleicht nur es als, äh... Als, ähm... Reptisch... Stuhl. Benutze ich auch. Vor allem wenn ich Horror spiele. Haben wir überhaupt noch Zeit für das Schaukelpferdchen? Es muss auch mal gepflegt werden. Ähm. Es ist wieder was. Pst, 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 pst. Hast du das gehört? Diese Frau soll top sein. Ich finde Zeit. Ja, ich ziehe das LP in die Länge. Ja, es ist total Absicht. Bin ich sarkastisch? Nein. Wollt I have your face back? No, thanks, I'll take it.